ich war jung und brauchte das geld ja bitte ich warte nur außer beziehungen nicht freiheitlich ist tirol und fb komm jetzt ein bisschen professionell bitte nicht oder her aufzulachen und mit ihr machen das ist nicht wenn mich jemand interviewt und und ach so sie stockt sich aus er lacht das geht nicht bitte schauen sie sich sowas an du bitte weiter gerade sätze sagen das hasse ich doch Wir reden Hochdeutsch, oder? Ja. Ja, ja. Ist es oft einmal vorne? Ist es oft einmal vorne? Nein, nein. Wo ist er? Schau, nein. Ach, das ist einfach mal ein neues Heim, ey. Weil es ist alles in Afrika schon immer gar nicht. Ja, das geht schon. Aber du, jetzt reichst du besser zusammen, gell? Das funktioniert jetzt sehr gut. Ich tue nichts, bitte. Ja, ich bin professionell. Ja, das freut mich. Du jetzt. Ja, warte, jetzt muss ich fertig laufen. Ich kann auch deine Visage anschauen. Das gibt nur ein Ende vom Jahr in die Hoppe. Bitte. Das einzige Tolle, und das freut mich immer ganz besonders, wenn wir beide auf einem Film zu sehen sind, komme ich immer sehr schlank raus. Man sieht das nicht. Schade, wartens. Nein, bitte. Zwischen Pest und Cholera. Jens, grüßt. Da wird es da kurz gucken. Ah, scheiße, okay. Das ist jetzt zu sehr gelabert. Ich glaube, ihr könnt mit dem was anfangen. Komm, jetzt bitte. Das fertig war. Dohu wa bohu. Oss. Genau. Oss. 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 Ikea. O instruments, wir arrived. Wenn ihr es aufgefunden will,